schon wieder ein minecraft rismus oder was die texons haben den heiligen ice jam geklaut und man mit falschem umgang die gesamte welt zerstören kann das das dahintes halte ich bin zu einem neuen video auf meinem kanal herzlich willkommen zur zweiten folge von minecraft christmas 2 und ja mit dabei ist wieder der liebe corny ja einen wunderschönen 8 dezember wünsche ich euch und ich hoffe ihr hattet einen schönen zweiten advent und ja ich würde sagen in dieser folge werden wir ein bisschen an unseren häusern weiterbauen weil die sind hässlich diesen arsch hässlich ach ich konnte ja komm wir fangen einfach direkt an würde ich sagen kannst du sand holen ich brauche in meinem haus auch ist mit nacht wuch 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 ich muss noch ein paar scharfe kurz schmetzeln ja dann suchen wir scharfe ja wuch 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 ja wie oft hast du lol warte mal meins hat einfach nur 59 eh eh ok irgendwie wie ich schlechtestes schwer im game bekommen oder was alex hat doch gesagt geht erstmal zurück zu euren häusern wir sollen uns bisschen entspannen ich glaub ich glaub ganz so eilig ist das nicht ja wir können damit da auch nur die welt zerstören ist ja ist ok warte ich baue ich hier mal einen aufrang ok also und müssen wir uns auch nicht so ernst nehmen es wir sind in dieser Sturz ist ja nur mein Kürzer wir können ja jederzeit raus hier deswegen ich kann nicht diskriminieren das macht die Sache ein bisschen schwieriger Mutzerl ja warum ich jetzt ich bin ich sterbe gleich ich will nicht sterben ich will nicht an einem Skelett sterben holy shit äh dann baue ich mal an meinem Haus weiter weil wir werden über angerissen aber ich baue erstmal an meinem Haus weiter ist halt schwierig ich sehe halt drei Änder warum ist Bond hinter mir ein Skelett? es ist so dumm es ist so dämlich ich brauche gar nicht ich baue gerade das was ich eigentlich nicht bauen wollte oh ich baue gerade falsch nein bin ich dumm das darf nicht sein warum ist Halpixin ohne Anast? ja weil die mich perma bannt ach stimmt du hast ja perma gemacht von Halpixin ich hab nichts gemacht ich hab nichts gemacht Leute wirklich nicht ich bin ich bin nicht böse ich bin nicht böse ich bin kein Hacker er hackt immer immer bitte bannt ihn für immer was lass mich lass mich lass mich das darf doch Halpixin nicht wissen achso ja natürlich also er ist voll nett wir könnten uns ja schon mal Gedanken machen wie wir den Unstable Ice Jam wollen können woher wo wo ist der? ja das frage ich mich halt auch vielleicht sagt uns das Alex irgendwann aber der will ja irgendwie nicht kommen btw Leute ne also irgendwie das Projekt hat uns schon verbunden weil irgendwie zum Beispiel auch im Rocket League nennt unsere Server halt auch immer MC Christmas und das Passwort ist halt auch immer MC Christmas ahja stimmt unser Server das Passwort sag ich euch nicht weil ich bin nicht dumm aber ist eigentlich dasselbe wie der Name oder? ne der Name ist MC Christmas ja ne MCC oder? ne MCC also wirklich wir sind so verbunden mit diesem Projekt das Projekt hat uns so geprägt auch wenn wir es gar nicht so aktiv zocken gehen naja immer wieder wenn wir halt reingesuchtet werden oder? reingesuchtet was hab ich teile wie nennt man das? ach Lobs ich hab keine Dinge mehr ich brauch dir noch ein paar hast du noch ein bisschen Spruce Holz? natürlich hab ich noch ein bisschen Spruce Holz brauche ich bloß gerade leider selber ich geb dir auch ein bisschen Eichentreppen ich brauch die ja nicht ich zwinge dich dazu NANI?! OMAE WAH MOU SHINDE IRR! joo ey 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 er ist da tot hast du ja irgendwas was du brauchst? sorry das wollte ich nicht meine Sandhaus die ist eigentlich was du eigentlich da? ist die kaputt gegangen? bist du mich grad verarschen? aber hier ich hab die echt nicht mehr ich hitte dich einmal mit der Hand was machst du? gibst du zwei Crit Hits willst du mich eigentlich ach da ach die liegt hier runter warte ich hänge hier hin weil das ist lustig und macht Spaß ich will immer noch Spruce Holz von dir eigentlich oh danke Leute war mehr als ich brauchte aber ja ehre ach ich nehm einfach nur Portal to Work Benchmark 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 oh mein Gott 1 2 3 1 2 ok nee es ist so nice es ist halt Minecraft ne es ist halt oh mein Gott es ist noch Minecraft dieses Projekt ist noch kein Minecraft mehr das ist das ist ein Mod Hülle alter 2 3 4 1 2 3 4 ach genau 2 brauche ich noch ähm zack 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 bam pack ich die weg dun 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 das kann ich ein bisschen ähm wenn du es ja hören kannst äh Eichenwolves haben ne was willst du denn noch alles ja wala 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 Boden mach ich aus Cobblestone da bin ich jetzt mal ein bisschen oldschool das ist ja cool das ist ja irgendwie ein bisschen dumm nein Kopf also was muss ich jetzt hier hier so krankst du in deiner ersten YouTube Aufnahme ne so krankst du in deiner veganes Rucola-Pesto Aufnahme oh veganes Rucola-Pesto holy moly Freunde falls ihr das noch nicht gesehen habt schauts euch auf jeden Fall an dass ein Like da ein schauts euch nicht an das ist gruselig es ist wirklich gruselig also ich kann es auf jeden Fall keinem empfehlen es geht um ein es geht um eure Gesundheit aber ihr könnt es euch natürlich gerne anschauen das sieht scheiße aus meins 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 sieht gut aus ne meins das auch das sowieso aber ne ja komm ich lass das ja es sieht scheiße aus egal wenn du grad farben bist dann kannst du mir natürlich auch was mitbringen aber ach klar ich brauche mal sonst warum hast du mir eigentlich alle deine Blue Meteor Lights gegeben finde ich nice ja können wir doch ja gerne sowieso für die allgemeine Dekoration unseres Ernstes zufangen ja also ist alles gut ja Alter wir haben uns jetzt komplett alles eingezäut mit Blue Meteor Lights da müssen halt Cobblestone trappen irgendwann neue Fanskates ey Blue Meteor Lights Fanskates ne Fanskates vor allem hä also äh meinung zu meinem Haus ist voll okay wenn das jetzt hier noch kommt guck mal ganz kurz und sag meinung zu meinem Boden der sieht nämlich auf der kann der sick aus hä mein Haus geht voll also im Vergleich dazu was am Anfang war dein Boden ist mein Boden puh digga hier hier ich weiß das ist noch nicht vollständig äh das ist noch nicht vollständig aber ich mach das grad nur damit's aussieht von vorne als wäre das Haus so halb vollständig ey guck mal ganz kurz hier die Chris macht was ne Holz von mir Ah mein Haus geht voll klar ähm baue ich die noch da hin kurz in den Eingang. Irgendwas mit deinem Dach los. Ja, es ist nicht ganz fertig geworden. Mir hat das Brucewood gefehlt. Deswegen... Ah, zwei Babyzummis. Kann ich eigentlich? Macht das Sinn, wenn ich... Nein, kannst du nicht. Nein, es macht keinen Sinn. Das ist voll geil. Ja? Ja, dann macht es doch Sinn. Ist das geil. Okay. Also Epic ist eine richtig schöne Atmosphäre hier. Guck mal bei mir in meinem Boden rein. Der sieht jetzt irgendwie echt klein, der ist sick aus. Ah, die Babyzummis. Ja, meins immer. Es schneit. Oh nein, es schneit. Gott sei Dank habe ich ein Dach. Ich nicht. Meine Damen und Herren, das war es mit der zweiten Folge von Minecraft Christmas 2. Und ja, wenn euch die kleine Folge gefallen hat. Würde ich mich sehr über über der Abo und Like freuen. Wäre, wäre toll. Clawney natürlich auch, oder? Das sollen glaube ich ein Jahr sein. Ja, in der Folge haben wir das Haus fast fertig gebaut Nächste Folge mache ich noch die Fenster rein Die gerade noch im Ofen fertig schmelzen Und dann hoffe ich da, dass Alex irgendwann auftaucht Und uns Hinweise gibt bezüglich des Ice Gems Weil den brauchen wir halt auch noch Oh well, warte, komm mal ganz kurz raus Es regnet und schneit gleichzeitig Ja, das ist ein Bug, weil das hier da der Wechsel ist Ich glaube ich der Wechsel zwischen Auf F3 kann man sehen Nein, aber hier ist ja auch wieder Schnee Aber hier ist einfach so mittendrin einmal ganz kurz Hier so eine Wand, hier absoluter Regen Und dann Schnee Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Achten Advent Achten Advent Achten jetzt wenn wir Corny geht direkt schlafen Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgenmiddag Bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heiß Minecraft Christmas O Geht You O 照